Wenn Supply Chain Management im Maschinenbau international zur Herausforderung wird. Wenn Kosten nicht in die Höhe schnellen sollen, sondern minimiert werden müssen. Wenn Informationen nahtlos verwaltet und verteilt werden müssen, um Innovationen zu beschleunigen. Wenn der Markt mehr und mehr nach Spezialmaschinen und Kleinserien verlangt. Wenn Service und Dienstleistungen im Maschinenbau zum marktentscheidenden Faktor werden, dann braucht es eine Software, die Informationen und Prozesse intelligent verknüpft und jederzeit bereithält. Eine Software, die Wissen als Rohstoff der Zukunft betrachtet. Sie kennen Ihre Branche. Ihre ECM-Software sollte es auch tun. ENAIO im Maschinenbau. Einfach. Unternehmensweit. Optimal Systems. Software für Macher.